Das noch nie eine andere Farbe gesehen hat. Außer weiß. Es sollte eigentlich heller werden. Nicht wahr? Was sollte heller werden? Die Farbe meines Bettes. Das sollte doch auch weiß sehen, oder? Es sollte weiß werden. Hat aber klappt irgendwie nicht. Weh. Ach so, das war gar kein Zahlen-Wortspiel. Ne, anscheinend nicht. Dann hab ich's wohl verkackt. Zahlen-Wortspiel? Nein, das... Mit weiß war im Klartext, ähm... Ich muss nicht erklären, oder? Ich hab's doch schon gesagt. Ja, das ist gut. Voll cool. Das ist manchmal komisch, wenn man so zielstrebig genau das sagt, was eigene andere an euch aussprechen wollte. Irgendwie sowas. Irgendwie zerstört das manchmal. Ja, keine Ahnung. Ausblicke. Den Spaß. In der ganzen Sache. Den Spaß am Leben. Wuhu! Minecraft ist echt so geil mit Java-Engine. Voll geil, läuft voll gut. Ich weiß nicht, aber das Skelett hat echt irgendwas gekümmelt. Ich steh an meinem Ofen und fülle Kohle in meine Öfen rein, ne? Und das Skelett schießt die ganze Zeit. Und das Aiming ist also echt wie wenn ich Can ein Glas Wasser gegeben hab. Also, der trifft einfach nicht. Der sieht verschwommen, also der hat mich echt das irgendwie fünf, sechsmal nicht getroffen. So, Leute, ich denk mal nicht, dass ihr versteht, was ich jetzt machen werde, aber wir müssen... Also, ich rede das als die Zuschauer, ne? Ach, Mann. Zuschauerchen. Wir müssen die Insel um fünf Etagen hochstellen. Wie hochstellen? Äh, hochgehen lassen. Warum hast du da für World Edit? Nein. Ach so. Nein. Einfach nur steigen lassen. Warum fünf? Drachen steigen lassen. Weil fünf die geile Zahl ist. Ah. Denk doch mal nach. Mann, was willst du? Denk doch mal nach. Nein, ich kann nicht nachdenken. Wieso haben die meine Fenster rausgerissen? Die waren absichtlich so. Du weißt, was das blöd ist? Du hast ein ganzes Scheiß-Lapis-Lazuli da reingeklebt, ne? Und das haben die jetzt? Ja, das solltest du dir gefälligst zurückholen. Und die haben einfach... Die haben einen schönen Turm, der... Boah, ey! Wir sollten eigentlich voll aufs Maul kriegen. Wo sind die? Woanders. Und wer sind die? Jeremy Pascal. Ah, okay. Und Karl Ludovic. Jetzt haben wir gerne erst Karl Ludovic. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch mal irgendwelche zwei Sachen zusammengeklebt. Hi, Karl Ludovic. Wenn du zuguckst, dann bist du voll cool. Irgendwann wird sich hier ein YouTube-Channel auffinden, der so heißt. Aha. Dann werde ich lachen. Dann werde ich lachen. Dann wird dann sagen, hi Leute. Schön, dass ihr mich erwähnt habt. Cool, woher kennt ihr meinen Namen? Richtig awesome Review-Dingens. Dann so. Cool, woher kennt ihr meinen Namen? Ähm. Ähm. Hast du nicht in einem Porno mitgespielt? Nicht? Nicht? Oh. Dann hab ich irgendwas falsch gemacht. Oh, fuck. Ja. Hey, Alex. Ich lese dich nicht mit den Falschen an. Hast du eben Krieg entfacht? Ja, ich lese mich immer mit den Falschen. Alles ist Standard. Ich kann das eben. Ich bin tot. Das weiß ich jetzt schon nur. Ja, das ist, weil du keine Diamant- Ah! Ah. Der Schrei. Ah, shit! Ah. Ich flasse dir überall Bäume hin. Ich bin voll nett. Ja. Das würde ich auch machen. Richtig pokern überall. Ich bin ein verrückter Junge. Da starf ich. Aua! Aua, 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 aua! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Der hat mich selbst beeindruckt. Sausage ist da und wow! Könnt ihr das nicht, wenn dein eigener Rübster dich voll beeindruckt? Ähm. Ja. Ja doch, weißt du, wenn er richtig, richtig geil laut ist. Uuuuh! Boah. Mein Arm juckt. Dann juck. Nein, ich kann nicht. Ich muss Schiff drücken mit der einen Hand. Wieso? Was blöd ist, weißt du, ich könnte ja was auf die Schiffftaste drauflegen, ne? Dann könntest du auch einfach Caps Lock drücken. Aber wenn es dann irgendwann mal... Hä, was? Versuch mir nicht zu verstehen. Ich bin zu blöd, dass wir... Nee, weißt du, wenn ich jetzt irgendwas auf die Schiffftaste drauflegen würde, damit sie runterdrücken würde, dann würde ich sie runterdrücken. In der ganzen Folge, um mir wieder zu sterben, also... Scheiße, wenn die irgendwann abgeht, weil ich laufe gerade rückwärts und blick die Blöcke so an. Okay. Ah, mein Finger tut weh. Ich bin erst bei der Hälfte von dem Kreis. Nein. Ähm... Weißt du was? N. Nach M kommt N. Ich helfe... Nein, B. Stell dir vor. Willst du mir helfen? Ich helfe dir beim Bauen, ja. Echt? Dafür stehe ich aber unter deinem Schutz. Ja, okay. Tust du auch so eigentlich schon. Wuhu! Achso, du machst extra Beef. Er hat extra Beef gemacht. Er hat extra Beef gemacht. Ich hab's nicht gehört, okay? Okay. Ja, wieso zieht das Zeug eigentlich daran? Ich brauche nur Ender Chess dafür. Ich habe noch eine. Es ist sicherer. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe schon mindestens fünf Stück gecrafted, von denen zwei immer wieder abgebaut und eine habe ich in meiner Kiste immer noch. Weil ich hier als einziger Enderman-Farben war. Ich hab sogar noch vier Enderaugen. Richtig lecker, schmatzige. Bäh. Ja, die sind leicht schleimig. Kann man nicht futtern. Ja, schon MG. Oh, kleinen Moment. Wecken wie Schweineaugen. Bis gleich. So, das hat Bauen, das hat Bauen. Was mache ich jetzt? Ich hab nix dabei! Ah! Jetzt machen wir uns erstmal ein paar Kuchen. So. Ja, Pumpkin Pie. Bitches. Schreibt nein, Nico. Schreibt nein! Nico? Was für dir? Der Spargel hat dich gemutet, arbeitet hier aber weiter. Mhm. Sag mal, die Festung sieht von dir um echt... Ach, scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ähm, einfach auf den Stahl aufsetzen, oder? Ich hab vergessen, dass ich mein Mikro gemutet hatte. Das ist natürlich peinlich, Leute. Äh, tut mir leid. Ähm. Ja, ich sag mal einfach, neue Anbilder sind voll verkackt. Ähm. Ja, ich bin wieder da. Meine Freundin hat angerufen und, äh, ich hab jetzt Karten fürs Holy Color-Fessel. Das ich, äh, von dem ich erst vor circa 20 Minuten erfahren hab. Yeah. Nice. Holy moly moly. Äh, also, Alex... Du darfst mit Farbe schmeißen. Äh, immer so, dass in der Luft schlägt. Ähm. Ja, genau. Also, kannst du auch, wenn du willst, kannst du die zweite Reihe schon mal anfangen. Was ich gerade eben gesagt hatte, was aber niemand hören konnte, weil ich im Stillen... Da du, äh, zu dumm bist, dein Mikrofon wieder anzumachen. Ich vermute mal, die Leute haben's gehört, nur wir nicht. Ne, ne, ich hab mein Mikro für... Ich hab, ich hab, ähm, ich war ja an, ähm. Ich war ja an. Ähm. Was? Ne? Ich war ja an. Äh, in den... Ähm. Ecke wegmachen, also, diese Ecke hier dann, oder... Äh, das ist, glaub ich, einfach egal. Du weißt, irgendwann später, dann ist mir das eigentlich scheißegal. Okay. Aber, äh... Ja, ich denk mal, das ist nicht so über-mega-wichtig. Wenn da jetzt ein Block so mehr nach innen weiter drinsteht, dann ist das, glaub ich, nicht so wichtig, weil den, den überseh ich später irgendwann nochmal. So, jetzt hier erstmal alles aufhören mit Chat. So, geil. Ich hab, ähm, ich hab bis jetzt irgendwie nur 30 Diamanten, oder so, in meiner Kiste. Oh, wenn Chan... Ey, warte, 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 die G des Jahrtausends. Hast du einen Amboss noch? Ja? Chan, komm, da her, komm. Soll ich was machen? Wir machen das so, okay? Ähm. Boah, wir wollen endlich mal mit Amboss trollen. Ja, ich will jetzt mit Amboss trollen, komm. Komm. Los, los, tu das. Ich muss einen Amboss finden. Äh, wehe, der hat jetzt so viele Level. Wahrscheinlich nur drei. Wahrscheinlich. Gut, läuft. Atf. Oh. Ist das schon unten? Na, wo ist denn unser Zeug hin? Da ist unser Zeug hin. Soll ich unten auch bauen, du oben? Oh. Am besten baue ich ab, oder? Ne, ne, ich baue, äh, ich baue, äh, also. Ja, ja, wenn nicht, baue du halt ab. Äh, ne, dann bin ich schuld. Da krieg ich aufs Maul. Ja, was denn sonst? Äh, kannst du gucken, wann er kommt? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich seh's Namen nicht. So geil, Alter, dein Amboss. Hey, ich komme. Also, er muss da hinten hochkommen. Ich geh mal kurz, ich geh mal kurz Ausschau halten. Da fuck, was gibt's denn Vögel denn da draußen? Ich seh'n nicht. Ne, ich seh'n nicht. Noch mal kurz. Ja, ne, der ist noch nicht da. Ich steh' unter Nigoschutz. Doch, da läuft er rum. Ja, der läuft unten rum, aber er ist noch nicht da. Ich hoffe, da kommt's gegen Kubi an. Der denkt sich nur so, Wohin? Ja, aber spürt ab und ich steh' kurz vorm Loch. Und ich hab mich bewegt. Da ist klar, wenn wir Pech haben, steh' ich jetzt plötzlich im Loch und fall' runter. Ja, ich mach das grad mal zu, ne? Genius. Ne, mach das bitte schnell. Mach das bitte schnell. Sonst... Oh, meine Frösse. Beeil dich, Alter. Guck, äh, Jan ist gleich da. König Karl III. hat den Krieg erklärt. Was? Ich steh' unter deinem Schutz, also bitte. Ja. Ich hab nichts außer'm Goldhem, muss man anmerken. König Kalle-Kal. Hi, Kalle-Kal-Kal-Lito. Hat der den Krieg erklärt? Okay. Boah, ich bin so dumm zum Tippen. Alter. Ja? Alex, bleibst du hier und guckst, weil dann baue ich immer schon mal ein wenig weiter, damit die Aufnahme nicht so überkotzlangweilig ist. Obwohl das schon lustig wäre, wenn die Aufnahme jetzt überkotzlangweilig wäre. Naja, irgendwie... Ne, danke. Würde ich nicht so draufstehen. Also nicht mit Kotze? Schade. Mal Kotze ist doch lustig. Alle lustigen Sachen heutzutagen werden mit Kotze gemacht. Ja, heutzutagen? Ähm, what? Ne, der kommt nicht. Hört sich nicht so produktiv an. Äh, Alex, hast du die Kohle rausgenommen? Äh, nö, die Kohle nicht, aber Stein. Hast du neun Stein reingemacht? Hä, ich hab acht Kohlen überall reingemacht. Eine Kohle... Ich hab keine Kohle genommen. Hä? Acht Kohle... Ein Kohlebock wirkt doch für... Für acht Steine, oder? Ach, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Äh, wir machen, sobald es auf Mithöhe ist. Ja. Baust du ihn dann ab? Stell du dich hier hin und sag, dann, wenn ich es machen soll. Weil... Ja. Dieke mit Absicht außerdem. Der war... Ja, mach, 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 mach. Bob. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, dass... Die... Ich hab keinen Schaden gemacht. Wie, Bart? Es hat keinen Schaden gemacht. Ihr habt nicht getroffen. Ne, er stand auf der Seite. Ich bin enttäuscht von euch. Tut das Wasser weg. Dann hat's verdient. Gut, dann, äh... Gut, dann, äh... Dann... Ich bin tot. Vielfältigen wir mal. Glück, da ist er. Oh, Stein. Ich hab so viele... Hier mannspitzhacken, das ist so abnormal. Ja. Ich hab fünf Stück oder so. Ja, man sollt noch einen zufügen. Alter. Ich hab gar keine. Ich glaub, wir haben nicht mal genügend Diamanten, um eine herzustellen. Ich hab einen Stack Diamanten. Pim. Alter, Pim. Wir haben ein Terrarium. Applaus. Und einen Klopfer habt ihr auch. Wer klopft denn da? Ich. Warum? Kennt man das nicht. So. Und da war ich schon drinnen. Da, ha, ha. Ich bin ein Assassiner. Was erwarten die bitte? Ich war schon überall, bevor ihr da überhaupt drin wart. Sogar in eurer Freundin. Dam, dam, dam. Kann das... Ey, jetzt bräuchten wir Kalle. Jetzt bräuchten wir Kalle als Zitater. Okay. Nicht wirklich. Soll das heißen, du warst auch ein Miner drin? Ich find's immer cool, mit, ähm... Mit Can Geschäfte zu machen. Wieso ist das... Was habt ihr gemacht? Wo ist denn, Can? Er ist schon weg. Ruhe, Hund. Kann doch nicht wahr sein. Da fällt irgendein Hund da draußen. Gut, Alex, machen wir dann weiter? Also, das heißt... Nein! Du machst halt, glaub ich, die ganze Zeit weiter, aber ich mach mal weiter, ne? Ja, das ist... Ja, Punkt. Was macht er denn? Was macht er denn? Wir machen das... ... wir machen das... Vielen Dank.